Dankbarkeit ist wie ein Dünger für den Geist. Sie vermehrt die Verbindungen im Hirn und verbessert seine Funktionsfähigkeit auf praktisch jedem Erfahrungsgebiet. Wie der Neurowissenschaftler Rick Hansen sagte, nimmt das Hirn die Form an, die der Geist ihm vorgibt. Fokussiert sich dieser auf Besorgnis, Traurigkeit, Ärger und Reizbarkeit, nimmt es neuronal die Form von Angst, Depression und Zorn an. Trainieren Sie Ihr Hirn jedoch auf Dankbarkeit, findet es immer leichter Dinge, die der Dankbarkeit wert sind und nimmt die Form der Dankbarkeit an. Alles, was Sie tun, erzeugt Verbindungen innerhalb der Netzwerke des Hirns. Und je häufiger Sie etwas wiederholen, desto stärker werden diese Verbindungen. Der Geist kann das Hirn also nachhaltig verändern. Oder anders ausgedrückt, das Hirn wird von dem geprägt, was sich bei uns im Kopf abspielt. Was das praktisch heißt? Dass gelebte Dankbarkeit von allergrößter Bedeutung ist, weil sie sich nicht nur auf unser momentanes Wohlbefinden auswirkt, sondern in unserem gesamten Sein tiefe Spuren hinterlässt. Das Bedürfnis nach Neuem und nach Veränderung ist fest in unserem Hirn verankert. Auf den Stimulus des Neuen reagiert die Substantia Nigra Aria Tegmentalis Ventralis, SNATV im Mittelhirn. Ob Sie nun ein Dankbarkeitstagebuch führen, Entsprechendes in den sozialen Medien posten oder Ihre Dankbarkeit einfach nur empfinden, fokussieren Sie sich dabei auf das Überraschende. Auf unerwartete Freundlichkeiten, neue, außergewöhnliche Erfahrungen, die Ihre SNATV aktivieren. Da dieses Hirnareal Lernzentren mit dem Erinnerungsvermögen verbindet, ist es sowohl kognitiv als auch neuronal von großem Nutzen, die Dankbarkeit frisch zu halten, indem man sie immer auf etwas Neues richtet. Überraschungselemente halten die Dankbarkeit aufrecht. Stellen Sie sich in der nächsten Woche an jedem zweiten Abend die Frage, inwiefern hat mich meine Dankbarkeit heute überrascht? Anfangen können Sie damit, dass Sie Gelegenheiten suchen, die eine Überraschung in Sachen Dankbarkeit für Sie bergen, und dann überlassen Sie es Ihrem Geist, so auf Ihr Hirn einzuwirken, wie es ihm selbst gut tut. Ein Stärkungsmittel für die Dankbarkeit ist das Reisen. Gibt es Orte, die Ihre Dankbarkeit besonders anregen? Vielleicht ein Ferienziel, eine heilige spirituelle Stätte oder ein herrliches Fleckchen Natur? Das Hirn sehnt sich nach neun, anderen, ungewöhnlichen Orten, und Sie müssen keineswegs in der Ferne liegen. Nehmen Sie auf dem Weg zur Arbeit einmal eine andere Route, fahren Sie mit dem Rad statt mit dem Wagen, erkunden Sie zu Fuß die Nachbarschaft. Ihr Hirn wird es Ihnen danken. Für Ihren Geist ist es eine Erfrischung, und Ihrer Kreativität verleiht es Flügel. Sollte prägger Sie sich weiter? Vielen Dank.